Willkommen zurück zu Splatoon Online. Eben gerade aufgenommen. Dann das Essen, das Essen und jetzt weiter. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt überrennt er mich. Jetzt, jetzt überrennt er mich. Nicht! Warte, wie kann, kann ich sehen, welche Waffe? Okay, war was? Ach so. Jetzt sagen wir spielen heute den Klex Konzentrator. Aber, ich muss das mal zu kaufen, anlegen. Danke sehr. Denk daran, du musst nur Plus anpassen, drücken, um an deine Waffe anzulegen. ja ja nun ab geht's ihnen an dem vorm wir haben uns ja schon gesehen und zwar bei AT da haben wir uns die Sniper gekauft mein erster Sniper im Spiel und jetzt in den Nurentürm und die Waffe erst mal einen Online-Kampf testen ich bin eh nicht so gut im Snipern aber ab und zu heiße ich dann doch was ok ja G&K vielleicht wisst ihr wer G&K ist? irgendwelche Franzosen wie so ein französischer YouTuber G&K das ist Kürzel G&K das ist Kürzel G&K das ist Kürzel G&K komm her komm her was habe ich für eine... ok die Klecksbund kommen jetzt vier Gegner oder nicht? da sagt man kommen jetzt Gegner oder nicht? ich habe gesagt kommen jetzt hier Gegner oder nicht und was war? die kommen nicht die machen mich kaputt ich nehme mich hier komplett auseinander was doch so macht man das A Nein, warum, wieso, wer, ah, nein. Du bist ja voll Pfuss. Okay. Oh, ja, gut. Okay, und, wir haben nicht gewonnen, nee, 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 wir haben verloren. Wie lange haben wir jetzt nicht gewonnen? Zwei Folgen. Wir haben zwei Folgen nicht gewonnen. Okay, weiter geht's, und, ja, der Sniper zeigt, der Sniper bin ich hier in der Lobby. Äh, was war, okay. Jetzt bist du der G&K-Typ schon wieder. Mensch, ja, moin. Ihr G&K-Leute. Der Sniper liegt überall. Nein, guck her. Nein. Schreib doch hier vorhin, lieber. Was machst du, hallo? Ach, ja. Das darf doch nicht wahr sein. Schreibt euch hier vorhin in den Namen. Sternchen. F. A. In die Namen. Mit Leidchen. Auf meine Community. Damit ich euch besser erkennen kann. Okay, damit ich euch später dann besser erkennen kann. Dann können wir uns halt auch in den Töffen oder so, und ihr könnt auch anfangen auf der Switch schicken, da hab ich noch mehr als genug Plätze für euch. Da hab ich mehr als genug Plätze. Wohin? Ich mach halt auch keine Punkte. Das ist es ja. Ich kann nicht Snipern. Ah, nicht einmal den Kill hab ich bekommen. Ich könnte mir nicht an die Splatoon gespielen, aber hab ich. Ich dachte, man muss nicht aufladen. Dann kann man dann noch einmal aufladen. Ich kann auch nicht mehr aufladen. Ach, nüge, Mensch. Jetzt kann man hier vorne hin auch noch ein, na. Von wo kommt der denn überall? Von vorne, von hinten. Ich krieg doch eh nichts. Gepack. Ich hab die Kills krieg ich. Du, ich hab den Kill gemacht. In letzter Sekunde. Okay, ich brauche den Kampf an mir verloren, weil das war jetzt der zweite Kampf, oder? Das ist jetzt der zweite, oder der dritte? Okay, ich schaue bis zum nächsten Mal bei Splat.